Ich habe heute ein echt cooles Auto, ein Lamborghini. Oh, was ist denn mit meinem Reifen? Ich glaube, er fällt gleich ab. Mein Reifen ist abgefallen. Ab zur Reparatur. Wir sind da. Wo sind meine Instrumente? Ah, da sind sie ja. Lasst uns den Reifen wieder anbringen. Super! Jetzt müssen wir nur noch fixieren. Die Reparatur ist beendet. Mein Auto ist fertig. Auf geht's! Tschüss! Tschüss! Oh, was ist denn das? Wow, ein neues Motorrad! Hier brauchen wir Werkzeug. Auspacken angesagt. Wow, klasse! Nehmen wir die Reifen raus. Nehmen wir die Reifen raus. Puh, fertig. Das ist der Kofferraum. Und da ist der Sitz. Lenkrad. Und jetzt bauen wir unser Motorrad zusammen. Und jetzt bauen wir unser Motorrad zusammen. Bringen wir die Reifen an. Fertig! Wow, ist der schön! Los geht's, Freunde! Jetzt bin ich ein richtiger Polizist. Jetzt bin ich ein richtiger Polizist. und da vorne mit's, Du kannst mit der Reifen rauslegen. Und dann können die Reifen rauslegen. Und da geht's. Dann gehen Sie mit der Reifen raus. Super-Motorrad! Wer ist denn da? Mir wurde ein neuer Jeep geliefert. Ich geh mal mein Werkzeug holen! Öffnen wir mal den Karton! Achtung! Was für ein schöner Jeep! Klasse! Achtung! 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 Videoerg Brenn! Stellen wir die Räder an. Stellen wir die Radkappe sicher. Noch den Sitz fixieren. Und jetzt das Lenkrad. Dazu die Seitenspiegel. Und der Kofferraum. Klasse, alles fertig. Okay. Los geht's. Spitze. Was für ein heftiges Motorgeräusch. Wow, das Auto tanzt. Auf geht's. Wasser. Didi. Was. 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 fat. Was. Was. Super Auto! Bis dann! Wow! Ein neuer Traktor! Wie schön er ist! Freunde, lassen uns schnell auspacken! Sitz anbringen! Und hier ist die Backer-Schaufel! Ich geh mal meine Instrumente holen! So, so, so! Was haben wir hier? Klasse! Das Lenk hat! Fertig! Leute, lasst uns losfahren! Ah, wie schnell er ist! Das Lenk hat! Na los! Super! Ich bin rausgekommen! Und jetzt können wir ein wenig graben! Super Traktor! Tschüss! Was haben wir hier? Sieht gut aus! Bitte um erlaubt es zu starten! Hm, startet nicht! Probieren wir es nochmal! Mein Flugzeug ist defekt! Rufen wir mal den Handwerker an! Rufen wir mal den Handwerker an! Gut! Kannst du mir helfen? Ich komme! Super! Ich warte! Hallo, Dima! Hey! Dima, mein Flugzeug startet nicht! Keine Sorge! Keine Sorge! Ich werde es schon reparieren! So, so, so! Was haben wir hier? Das Flugzeug ist nun zum Start bereit! Es funktioniert super! Es funktioniert super! Danke, Dima! Du bist ein wahrer Freund! Gerne! Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!